Sie sind die Stars im Theater der Tiere, geboren und trainiert, um den Menschen zu unterhalten. SeaWorld ist für die Amerikaner sowas wie für uns der Zoo. Wenn die herkommen, gehen sie her, weil sie die Tiere sehen möchten, aber Unterhaltung haben möchten. Ein reiner Zoo wäre für die zu langweilig. Der amerikanische Vergnügungspark SeaWorld in Orlando liefert Unterhaltungsprogramme am laufenden Band. Ein lukrativer Höhepunkt mit Nervenkitzel, die Show der Killerwale. Zusammen mit diesen riesigen Tieren im Wasser fühlt man sich ziemlich klein, denn sie sind dafür gemacht und wir nicht. Tierparks als Erlebniswelten, der Mensch lässt sich begeistern von den Talenten der Tiere. Würden wir nicht die Filme wie Flipper gesehen haben oder Free Willy, würden wir heute bestimmt in den Supermärkten noch ohne groß zu zögern auch eine Büchse kaufen, in der Delfinfleisch drin wäre. Und die Pepina und ihr Spiralsprung. Hinter den Kulissen des Duisburger Delfinariums, Auge in Auge mit dem Beluga-Wal. Nur jahrelanges Training macht das möglich. Wenn die Pepina den Sprung oder die Drehung da hinten gut macht, kommt sofort der Pfiff und die weiß sofort, ey, das war gut. Wenn ich der Pfiff nicht komme, dann denkst du da drüber nach, naja, das war doch irgendwie nicht so richtig. Floridas Küste ist weit entfernt. Es ist überfüllt, laut und ohne Auto geht gar nichts. Dennoch pilgern jedes Jahr 43 Millionen Touristen nach Orlando. Der steingewordene All-American-Dream aus Shopping-Meilen und endlosen Highways führt von einem Vergnügungskomplex zum nächsten. Eine Stadt ohne Grenzen als universeller Themenpark. 95 verschiedene Attraktionen sind im Angebot. Und dabei geht es nur um eines. Spaß. Wir wollen sich in der Tierkreis-Invest-Marie-Invest-Marie-Invest-Kinders. Wir wollen müssen in den Tierkreis. Auch machen wir vorherigen wie ein Tierreisen- oder ein Tierreisen-Marie-Mama-Kinders. Wir sind in der Tierreise-Invest-Wall oder in die Wirts-Leise-Anäher? Wir sollen überlegen, wenn du schon ein Tierreisen für ein Tierreisen-Animale-Arie-Kindersprogramm Neben Disney und den Universal Studios zählt SeaWorld zu den Branchen Riesen. Berühmt und umstritten ist der Konzern wegen seiner spektakulären Killerwahl-Shows. Sie heißen Taku, Kalina oder Tilikum. Doch für das Publikum haben sie nur einen Namen. Shamu. Neben den Orcas sind ihre Trainer die Stars der Show. Alissa Simmons, 34 Jahre alt und Mutter einer dreijährigen Tochter, arbeitet als Killerwahl-Trainerin. Ursprünglich wollte sie Sportjournalistin werden. Vor 13 Jahren bewarb sie sich nach dem Besuch einer Shamu-Show bei SeaWorld und wurde engagiert. Das Schwierigste ist, dass man im ersten Jahr eigentlich kaum mit den Wahlen zusammenarbeitet. Man lernt sauber zu machen und für sie zu sorgen. Wir haben eine Menge Eimer Wasser geschleppt, geschrubbt und geputzt. Man muss zwei bis drei Jahre sehr geduldig sein. Das ist ziemlich schwer, weil man es nicht abwarten kann, mit den Wahlen zu arbeiten. 11 Uhr, Dienstbeginn. Die erste Show läuft bereits. Vier weitere stehen heute auf Alissas Dienstplan. Das ist unser Arbeitsplan. Hier steht, was jeder von uns den Tag über zu tun hat. Die Shows sind unterteilt in Show-Einlagen und Tiere. Daran kann ich ablesen, welche Show-Einlage meine sein wird und mit welchem Tier ich zusammenarbeiten werde. Hier steht mein Name. AS sind meine Initialen. Da steht, dass ich um 11 Uhr gekommen bin und für welche Bereiche ich verantwortlich bin. Und das Rote hier sind die Shows, die ich heute machen werde. Hier ist meine Mittagspause. Hier sieht man die Einteilung der Shows. Der erste und die zweite Show. Das ist die Show, in der ich sein werde. Das sind meine Initialen. Und hier steht der Name des Wals, mit dem ich zusammenarbeiten werde. Das ist Kalina. Und Kalina wird mit mir die Show-Einlage Playtime zeigen. 12.30 Uhr. Aufmarsch der Gladiatoren in der Killer-Wal-Arena. Alissa Simmons' Part dabei ist das sogenannte Playtime-Segment, was so viel bedeutet wie Schwimmen und Schmusen zu seichter Musik. Das sieht harmloser aus, als es ist. Die Wale sind nicht zahm. Sie sind zwar gut trainiert, aber sie haben immer noch viel Wildes in sich. Sie können gefährlich sein. Sie sind sehr kräftige und starke Tiere. Sie sind der Herr im Ring. Es kann also sehr gefährlich sein. Bis zu 5000 Zuschauer verfolgen das vermeintliche Spiel von Alissa mit der Killer-Wal-Dame Kalina. Was so einfach und unbeschwert aussieht, erfordert jahrelanges Training. Als sie das erste Mal mit den Walen ins Wasser gehen durfte, war sie besonders von der Größe der Tiere beeindruckt. Wenn man mit ihnen an Land arbeitet, erscheinen einem die Köpfe normal groß. Aber wenn man zum ersten Mal zu ihnen ins Wasser steigt, wirken sie riesig, gewaltig. Es macht einem Angst, denn der Wal hat die Kontrolle und ich muss sicher gehen, dass ich die richtigen Entscheidungen treffe, damit der Wal positiv auf mich reagiert. 22 Trainer gehören zum Orca-Team von SeaWorld in Orlando. Eine auf die Unternehmensphilosophie eingeschworene Truppe. Mit ihnen steht und fällt die Vorzeigeshow. Kein kritisches Wort über den Sinn und Zweck dieser Vorstellungen darf nach außen dringen. Nur wenige Interna geraten an die Öffentlichkeit. Die Trainer werden überdurchschnittlich gut bezahlt und sind die Stars in der maritimen Manege. Auch, wenn sich das manchmal ganz anders anfühlt. Ich denke, die Kinder schauen zu uns auf. Das macht mich stolz. Doch meistens fühle ich mich eher wie eine nasse Ratte. Die ganze Zeit laufen wir durchgeweicht herum und stinken nach Fisch. Da fühlt man sich nicht besonders glamourös, nicht wie ein Star. Ich sehe mich eher als eine Art Botschafterin für diese Tiere. Anfang der 70er Jahre, als SeaWorld gegründet wurde, entstand auch der Loro Park auf Teneriffa. Ein Tiergarten für Papageien. Inzwischen ist er mit 1,5 Millionen Besuchern jährlich die größte Touristenattraktion auf den Kanaren. Beinahe jeder dritte Urlauber, der hierher kommt, bucht die Tour nach Puerto de la Cruz in einen Zoo, der sich als Refugium für bedrohte Papageienarten präsentiert. 3000 Logos, wie die Vögel in Spanien genannt werden, beherbergt das 135.000 Quadratmeter große Anwesen. Gleich am Eingang posieren für ein Polaroid mit Papagei. Nicht jeder ist davon gleichermaßen begeistert. Zum Park gehört auch die Aufzuchtstation La Vera. Auf vier Hektar sind in 1200 Volieren 349 verschiedene Papageienarten untergebracht. Viele von ihnen sind vom Aussterben bedroht. Bis Papageien anfangen zu brüten, dauert es je nach Art zwischen einem und sechs Jahren. So lange werden die Jungtiere in großen Volieren gehalten und erst zum Brüten, pärchenweise in kleinere Gehege versetzt. Das ist ein, ja sagen wir mal ein Jugendheim. Da haben wir unsere jungen Aras drin. Die sind so zwischen drei und vier Jahre alt und die leben hier alle zusammen bis zur Geschlechtsreife. Unterschiedliche Arten und die vertragen sich auch sehr gut. Solange sie noch jung sind und noch nicht geschlechtsreif sind, haben die auch keinerlei Aggressivität. Die Tiere können sich ausfliegen, hier können sie rumtoben, in Anführungszeichen. Und das macht eigentlich ganz fitte Vögel und dann entsprechend sind unsere Brudergebnisse, wenn wir mit solchen Tieren in die Brut gehen, wesentlich besser, wie wenn die Tiere klein in kleinen Gehegen, in denen sie keine Beschäftigungsmöglichkeiten oder Flugmöglichkeiten haben, untergebracht werden. Matthias Reinschmidt zog vor drei Jahren von Bühl bei Baden-Baden nach Teneriffa. Er ist Kurator des Zoos und damit der Herr über 3500 Papageien. Täglich kontrolliert er in den Morgenstunden die Nachzucht in den Brutkästen. Die Papageien haben ja hier einen Kropf, da wird eben alle zwei bis drei Stunden von den Eltern gefüttert. Wenn die nicht füttern, dann ist dieser Kropf leer. Und dann ist es schon mal ein Zeichen, näher nachzugucken oder öfter zu kontrollieren. Wenn das ein paar Mal eben leer ist und das Küken nicht wachst und entsprechend vielleicht auch etwas abgemagert erscheint, dann nehmen wir die raus. Also da gehen wir auch gar kein Risiko ein. Das ist jetzt ein junger Fächerpapagei. Man sieht hier schon, wie die Federn kommen, die Federnkiele und auch die kann er schon wie so ein Fächer stellen. Wie Sie jetzt hier sehen, sprechen Sie auch und haben immer Lautäußerungen auch, die Sie abgeben. Und ja, ich denke oftmals, dass Sie jetzt nicht den Sinn meiner Worte verstehen, aber einfach, dass Sie mich verstehen und mich kennen, wenn ich durch die Reihe leise. Hallo, hallo. Ja, wie seht ihr euch? Gut? Ja, ja, ja. Zu den weiteren Attraktionen des Parks zählt auch das Delfinarium, eines der größten in Europa. Für die medizinische Rundumversorgung sorgt Macellus Bürkle, Tierarzt im Loro-Park. Mit einem Ultraschallgerät ausgerüstet, versucht er zu ergründen, ob das neun Jahre alte Weibchen Sunny Bell schwanger ist. Der Delfin lässt die Prozedur gelassen über sich ergehen. Die Tiere sind trainiert, sich auf den Rücken zu legen und mit einer Sonde sich die Temperatur nehmen zu lassen. Die Tiere sind trainiert, sich die Schwanzflosse darzubieten, um Blut zu entnehmen. Die Tiere sind trainiert, hier rauszukommen, auf diesen Strand, wie wir sagen, um die Lunge abzuhören. Die Tiere sind auch trainiert, dass man ihnen ins Maul langen kann, um im Falle was eingeben zu können oder auch eine Sonde in den Magen schieben zu können. Alles Dinge, die für uns Tierärzte im Notfall natürlich extrem wichtig sind. Neun große Tümmler, die aus dem Golf von Mexiko stammen, schwimmen in sieben Millionen Liter Wasser. An den Haltungsbedingungen haben selbst Tierschützer wenig zu kritisieren. Ich weiß, es ist immer wieder in Diskussion, Delfinhaltung, ja oder nein. Man hört von toten Delfinen. Dazu muss man aber auch beispielsweise wissen, dass Fehlgeburten bei Delfinen, auch in der freien Natur, relativ häufig vorkommen. Also es ist nicht immer, wenn irgendwo ein toter Delfin auftritt, ist es nicht immer so, dass was falsch gemacht wurde. Ich würde mal, ich kann eigentlich nur für uns sprechen. Ich glaube, unseren Tieren geht es sehr, sehr gut oder ich weiß, unseren Tieren geht es sehr, sehr gut. Die medizinische Überwachung ist optimal. Die Tiere sind auch kerngesund. Und wenn mal kleinere Probleme auftreten, die es immer mal gibt, ich sage jetzt mal, wenn ich sage Lungenprobleme, das ist ein Schnupfen oder so ein Husten, das hat aber auch jeder mal, die haben wir dann im Griff, die werden behandelt. Und von daher glaube ich, dass bei uns zumindest die Tiere so optimal als nur möglich gehalten werden. Der Loro-Park ist der weltweit erste Zoo, der eine rein männliche Gorilla-Gruppe beherbergt. Die Tiere sind Eigentum verschiedener Zoos und im Rahmen des europäischen Erhaltungszuchtprogrammes hier leihweise untergebracht. In freier Natur müssen sich die heranwachsenden Männchen mit dem Leittier auseinandersetzen. Es kommt zu Rivalitäten und Rangkämpfen, bei denen der Schwächere unterliegt und aus der Gruppe verstoßen wird. In Zoos ist dieses Verhalten ähnlich. Der Loro-Park bietet den ausgestoßenen Männchen ein neues Zuhause. Unser ältestes Tier ist der Schorsch, der ist 1972 geboren, der ist heute 32 Jahre alt. Und das jüngste Tier ist 1991 geboren, somit 13 Jahre alt. Und diese unterschiedliche Altersstruktur hilft dann dabei, dass es nicht zu großen Rivalitäten kommt. Würde man jetzt beispielsweise zwei gleichaltrige Tiere zusammentun, wäre natürlich ein Kampf, eine Rivalität um die Führung in der Gruppe. Das ist bei uns nicht der Fall. Und vielleicht auch ein Grund, warum das so gut geklappt hat, ist, dass auch im ganzen Park keine weiblichen Tiere sind. Also es auch nicht dazu kommen kann, dass die Gorilla-Männchen die weiblichen Tiere nur riechen. Selbst wenn die am anderen Ende des Parkes untergebracht werden, könnte ja der Geruch mit dem Wind hier in die Anlage kommen. Und dann würden die Tiere natürlich die Menschen stimuliert und es käme zu Rangkämpfen. Wenn die Tiere dann hier heranwachsen und es ist der Bedarf in anderen Zoos an einem adulten Männchen, an einem befruchtungsfähigen Männchen, dann gehen die Tiere dann wieder in andere Zoos. Und wir bekommen wieder neue, halbwüchsige, junge Gorillas dazu. Seit 31 Jahren sind die Killerwale Symbol- und Werbeträger der amerikanischen SeaWorld Parks. Alissa Simmons hat den Status eines Senior-Trainers und ist damit auf der obersten Stufe der Karriereleiter angelangt. Zu ihren Aufgaben gehört es auch, jüngere Kollegen beim Training anzuleiten. Die lockeren Übungseinheiten zwischen den Shows sind in der Regel mit einer Fütterung verbunden. Backstage im Trainingspool. Kalina und ihr fünf Wochen altes, noch namenloses Orca-Baby. Es ist bereits das vierte, das sie in Gefangenschaft zur Welt gebracht hat. Erst einmal gibt es Streicheleinheiten vom Beckenrand. Und die erfahrene Trainerin weiß jedes Verhalten des Wals zu deuten. Ihre Körperhaltung sagt mir viel. Sie ist sehr entspannt, sie redet viel. Obwohl das Baby neben mir ist, ist sie sehr ruhig. Das macht das Vertrauen und die Beziehung, die wir über die Jahre aufgebaut haben, aus. Sie vertraut mir und weiß, dass ich sehr sanft mit ihrem Kind umgehe. Es ist wirklich ein Wunder, dass sie ihr Baby zu mir bringt, denn es ist erst einen Monat alt. Anschließend folgt eine Übungseinheit im Wasser. Wir trainieren sie in kleinen Schritten. So ähnlich, wie man Kindern das ABC beibringt. Zuerst ladet man sie das A, dann das A und B, dann das A, B und C. Und wir helfen ihnen, dann alles zusammenzubringen. Wenn sie etwas richtig machen, belohnen wir sie mit einer positiven Reaktion. Wir bestrafen sie aber nicht, wenn sie sich falsch verhalten. Wenn sie alles richtig machen, spielen wir mit ihnen, spritzen mit Wasser, streicheln sie, geben ihnen Spielzeug, Fisch und verschiedene andere Sachen. Am gefährlichsten sind die Kunststücke, bei denen wir sehr hoch durch die Luft geworfen werden. Dabei taucht der Wal mit uns bis auf den Boden des Pools, auf etwa elf Meter Tiefe. Sehr schnell schießen sie mit uns hoch aus dem Wasser und katapultieren mich sieben, acht Meter in die Höhe. Da kann es schon einmal passieren, dass man falsch landet und einem am nächsten Tag der Nacken oder der Rücken wehtut. Doch man verletzt sich eher selten. Doch die gefährlichsten Luftsprünge sind nicht die schwierigsten. Das Gleichgewicht zu halten ist schwierig, weil man zusammen mit dem Tier als Team arbeitet. Sie müssen dir helfen, die Valance zu halten. Es sind sehr starke Tiere, sodass man ein gutes Gleichgewichts- und Koordinationsgefühl haben muss. Dabei soll man auch noch gut aussehen. Besonders dann, wenn man auf der Schnauze des Tieres dann graziös ins Wasser eintauchen und dabei so dicht wie möglich am Wal bleiben soll. Das sind sicherlich die schwierigsten Dinge. Auch für Meeresbewohner, die sich wegen fehlender Intelligenz oder schlechtem Image weniger gut für Shows eignen, hat SeaWorld Ausstellungsräume der Superlative geschaffen. Durch den Shark-Encounter führt der längste Unterwasser-Acryltunnel der Wild. Zwei- bis dreimal pro Woche, immer vor der Öffnung des Parks, wenn das Deckenlicht angeht und sich alle Pfleger um das Becken versammeln, wissen die Haie, es ist Zeit zum Fressen. Haie können lernen. Das beobachten wir täglich beim Füttern. Sie spüren das Licht, die Pfleger und hören das Klirren der Eimer und wissen ganz genau, dass jetzt das Futter kommt. Sie wissen, dass sie zur Fütterung zu einer bestimmten Stelle am Beckenrand schwimmen müssen. Was die Intelligenz der Haie anbelangt, würde ich sagen, sie sind sehr gut in dem, was sie tun. Von Natur aus sind Haie erstklassige Raubtiere und Fressmaschinen. Schließlich machen sie dies schon seit 400 Millionen Jahren. Alle Haie haben eine Nummer und jeder von ihnen seinen eigenen Ernährungsplan. Wie viele Kilokalorien welcher Hai wann zu sich nimmt, halten die Pfleger schriftlich fest. Hier haben wir eine Liste der Haie, die in diesem Aquarium leben. Ich schreibe auf, welche Menge und welche Art von Futter jeder Hai bekommt, damit wir den Überblick behalten. Wie viel Futter jeder Hai pro Woche bekommt. So werden sie nicht überfüttert und wir wissen, dass alle Tiere genug Nahrung bekommen. Im Shark Encounter bekommt der Themenpark-Tourist nicht nur Fische zu sehen, es gibt sie auch zu essen. Das Restaurant ist das exklusivste im ganzen Park. Hier soll Essen als Erlebnis verkauft werden. 850 Mitarbeiter sind in der SeaWorld Gastronomie beschäftigt. Zu Spitzenzeiten gehen im gesamten Park mehr als 20.000 Mahlzeiten pro Tag über den Tresen. Wir wollen, dass der Geschmack außergewöhnlich ist. Wenn die Gäste das sehen und probieren, sollen sie quasi explodieren. Und das Essen, sein Anblick und der Geschmack soll sie glücklich machen. Und hinterher genießen sie dann weiter unseren Park. Die Zubereitung und Präsentation der Gerichte sind wichtig. Schon allein die Farben sollen direkt ins Auge springen. Vor ein paar Jahren gab es nur Hamburger und Pommes im Park. Heute wollen die Leute mehr als das. Sie wollen frisch geschlagene Sahne, frische Tortillas mit Schokolade. Sie wollen nicht immer nur Fast Food. Denn das verbinden alle mit Amerika. Fast Food. Wir Amerikaner mögen gutes Essen. Und das sehen wir hier. Wir haben alles, von Hamburgern und Hot Dogs bis zum Gourmetessen. Und die Leute lieben es. Etwa 20 Dollar kosten die ungewöhnlichen Kreationen im außergewöhnlichen Ambiente. 50 Haie und 5000 andere Fische leben in dem gigantischen Aquarium. Nur wenige von ihnen sind so gefährlich wie gemeinhin angenommen. Wir haben eine Art namens Atlantic Black Tips, die aggressiver und gefährlicher ist. Es sind kleinere Haie, die nur 1,5 bis 1,8 Meter groß werden. Aber dieses Tier ist, zumindest an der Küste von Florida, für die meisten Haibisse verantwortlich. Er beißt kurz und schnell zu. Der Hai macht folgendes. Er schwimmt auf etwas scheinbar Essbares zu, beißt rein. Und sobald er merkt, dass es kein Fisch ist, spuckt er es wieder aus. Unglücklicherweise kann es, abhängig davon, wohin gebissen wird, trotzdem fatale Folgen haben. Es regnet selten in Florida. Und wenn, dann sind die Shows im Nautilus-Theater überdurchschnittlich gut besucht. Jeder vierte Einwohner von Orlando verdient sein Geld in der Tourismusindustrie. Ute Wendland, 35, ist Tanzpädagogin und arbeitet bei SeaWorld als Luftakrobatin. Als Tänzer ist es hier sehr, sehr schwierig. Und speziell, wenn man jetzt ein bisschen älter ist, wenn man nicht mehr 22 ist, da hat man dann schon größere Schwierigkeiten. Es ist weniger der Druck von den Kollegen, als es ist von den Leuten, die einen anstellen, dass die jüngere Leute wollen. Erstmal, weil die Erfahrung weniger ist, sie können dann mehr formen und dann auch noch klein weniger bezahlen müssen. Es ist sehr viel Geld, Druck, Karriere. Die Leute lassen sich keine Zeit. Um ein anständiges Einkommen zu haben, muss man, um sich das leisten zu können, was man will, muss man zwei Jobs halten. Auch in dem Bereich gerade. Rat Race nennen die das hier, Rattenrennen. Aber es ist schon sehr groß. Es ist ein großer Druck. Ute Wendland finanziert ihr Leben mit zwei verschiedenen Jobs. Dieser berufliche Stress hält sie körperlich in Form. In puncto Fitness sind die Amerikaner gespalten. Es ist extrem. Es gibt entweder das eine oder das andere. Entweder sind die ganz fit und ganz schön oder sie lassen sich gehen. Und das sind dann die 25 oder 30 Prozent, die da manchmal gar nicht mehr laufen können, weil sie so dick sind. Also es ist ein großer Unterschied. Also ja, die haben diesen Wahn und diese Diätsachen und allem Möglichen, aber es ist geteilt. Es gibt nichts dazwischen. Sie sind entweder fit oder nicht. Odyssey heißt die aktuelle Vorstellung im parkeigenen Theater. Und auch hier dreht sich alles um das Thema Meer. Ohne Netz und Seil wirbelt Ute Wendland als feenartiges Seepferdchen fünf Minuten an einem Reifen durch die Luft. In zehn Metern Höhe. Bis zu viermal täglich. Ich habe unheimlichen Respekt vor, was ich mache mit der Luftakrobatik. Ich habe Freunde gehabt. Ich habe eine Freundin von mir, die Schwester ist gestorben. Die ist gefallen. Also es sind Sachen, ich habe Verletzungen. Aber ich habe zum Beispiel einen steifen Daumen. Der Daumen biegt sich nicht mehr nach hinten. Ich habe den ausgekugelt in meiner Übung. Nicht hier, woanders. So, das muss ich jetzt schützen. Ich habe Narben und blaue Flecken am Körper. Manchmal fragen sie mich, was ich für meine Freizeiten mache. Ja, also es hat schon seine Nachteile, aber es macht Spaß. Das ist fast schon addiktiv. 200 Dollar verdient sie pro Tag. Egal wie viele Shows auf dem Programm stehen. Die Symbiose mit dem Publikum ist in Orlando selbst für Artisten kein leichtes Kunststück. Es ist schwierig manchmal den Touristen aus dem Weg zu gehen. Das ist das, was ich für Schwierigkeiten habe. Also ich wohne in einem Teil, wo keine Parks sind. Ich wohne in einem Teil, wo keine Touristen sind, damit ich ein bisschen Abstand kriege. Weil man tagtäglich mit denen zu tun hat. Also nicht, dass ich Touristen nicht mag, die bezahlen mich. Aber man braucht Abstand. Der Duisburger Zoo ist weit davon entfernt, ein profitables Entertainment-Unternehmen zu sein. Der Tierpark ist über die Stadtgrenze der Ruhrpott-Metropole hinaus berühmt für seine erfolgreiche Koala-Zucht und das Delfinarium. Es ist das größte und älteste seiner Art in Deutschland. Dienst beginnt für die Crew um 8 Uhr morgens. Das Team besteht aus vier Pflegern, vier Praktikanten und vier großen Tümmlern. Der Tag beginnt mit dem Frühstück. Zunächst einmal hat jeder Delfine seinen eigenen Eimer gekennzeichnet durch kleine farbliche Ringe. Das ist der Eimer von der Delphi. Gelb hat die Pippina, rot ist unsere Daisy. Und das wird dann portionsweise über den ganzen Tag verteilt an die Delfine verfüttert. Vom Frühstück bis zum Abendessen. Also hier ist nochmal sehr schön aufgeführt, wie viel Kilogramm welcher Delfin von welcher Fischart bekommt. Das ist nämlich auch ganz wichtig. Es gibt fetten Fisch, es gibt weniger fetten Fisch. Tintenfisch und Kälblin ist weniger fett. Hering und die Sprotten sind sehr kalorienreich. Und das ist natürlich entscheidend, weil der Hering schwankt auch manchmal sehr stark in der Kilokalorienzahl. Und deshalb ist nicht das Gewicht letztendlich entscheidend, sondern die Kilokalorienzahl. Aber Gewicht ist natürlich unsere tägliche Maßeinheit. Nochmal drehen, schaffst du's. Schaffst du's. Ja! Das sieht gut aus. Das ist gut so. Das sieht gut so. Das schaffen wir doch mal. Und nochmal drehen. Ja, ja, ja. Klasse. Und jetzt spring einmal. Komm, schaffst du's. Jetzt springen wir mit. Wird springen. Nochmal, wir springen. Wird springen, schaffst du's. Auch was? Ja, jetzt springen wir mit. Oh, nein! Nein! Nein, das war letztlich fast. Komm her. Den Spiralspruch. Auspassen. Jetzt aber. Da irgendwo ist Sente. Ja. Sehr schön. Sehr schön. Das war klasse. Das war klasse. Das hast du toll gemacht. Die Meeres-Säuger reagieren auf jedes Handzeichen ihrer Pfleger. Sehr, sehr schön. Das ist prima. Alle Verhaltensweisen werden erst einzeln antrainiert und dann zu ganzen Programmabläufen zusammengefügt. Man sieht das natürlich erst mal, dass der Delfin sich überhaupt erst mal hier im Wasser vor einem dreht. Dann lernt er dabei, die Hand zu berühren. Dann zieht man den Delfin immer weiter aus dem Wasser raus und er weiß, er muss sich dabei drehen. Und irgendwann hat er dann, oder sollte er verstanden haben, irgendwann, dass er dabei auch noch springen soll. Und die Papine hat das ja schon recht gut drauf, ne? Dann zeig das noch mal, ne? Und klappt bestimmt noch mal. Super. Sieht noch ein bisschen krumm aus, der Sprung. Ist noch nicht ganz so ausgefeilt. Aber Übung macht den Meister. Das gilt auch bei Delfinen. Und hinterher gibt es immer eine schöne Belohnung. Fisch und streicheln ist ganz wichtig. Für 3,50 Euro können interessierte Parkbesucher um 11.30 Uhr die erste Vorführung besuchen. Die hat nur wenig mit den Shows in kommerziellen Delfinarien zu tun. Einen schönen guten Morgen, meine Damen und Herren, liebe Kinder. Wir haben hinten am Ende den Antrieb, die Fluke. Die Finne sitzt starr hier drauf. Der Delfin kann die Finne nicht bewegen. Wiederum sehr beweglich hier an der Seite sind die Brustflossen, sind die Flipper. Oben auf dem Kopf die Nase von den Delfinen. Das nennt man Blasloch. Die Schnauze mit 88 spitzen Zähnen drin. Jam, jam. So ein Stück hinter dem Auge, da gibt es das Ohr. Dieser klitzekleine Punkt da. Ein winziges Ohr, aber mit das beste Gehör im Tierreich. Ivo, das hast du uns toll gezeichnet. Na klar, sehr schön. Ja, der Ivo. Die Daisy. Ja, sehr schön. Der Zweidrittel, Salto. Ja. Ja. Bädel. Ivos Spiralsprung. Na klar. Hervorragend. Schicke Abgabe. Dankeschön. Na klar. An den Ball. Ja. Super, Junge. Wir machen nochmal einen Durchgang. Na klar. Eine flotte. Runde Twist. Ja. 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 Aus dem Stand. Achtung. Ja. Einwand frei. In Duisburg hat man sich in den vergangenen Jahren umorientiert. Der Erfolgsdruck von früher ist gewichen und auch die Art der Darstellung der Delfine hat sich merklich geändert. Wenn man sich alte Videos von den Vorführungen anguckt, da musste das halt einfach funktionieren. Da hat man dem, aber auch dem Pfleger, dem Trainer gar nicht die Möglichkeit eingeräumt, dass irgendwas nicht zu funktionieren hat. Die Vorführungen wurden angekündigt, die mussten laufen und heute ist das halt echt locker. Wenn hier ein Delfin keine Lust hat, dann mich. Und es hat auch schon Vorführungen gegeben, die es nicht gegeben hat, weil die Delfine keine Lust gehabt haben. Mittlerweile akzeptiert ist das Publikum aber auch. Früher war es so, da stand es sogar noch in der Tageszeitung. Der Delfintrainer warf das Handtuch. Der Pfleger ist sonntags rausgegangen und die Delfine hatten keine Lust gehabt. Da war ein Riesenaufstand in der Halle. Die Leute wollten ja Geld zurück und und und. So was gibt es heute alles nicht mehr. Durch die Betreuung von Manuel Garcia Hartmann, einem der führenden Delfinexperten in Deutschland, sind die Tiere in Duisburg medizinisch optimal versorgt. Er führt auch das Zuchtbuch für die 30 europäischen Delfinarien. Der Zootierarzt nimmt von jedem Tier regelmäßig Blutproben. Als Patienten sind sie nicht ganz unproblematisch. Es ist im Prinzip so, dass Delfine ihr Ökosystem mit den Haien teilen. Und durch diese Fressgegner, die sie haben, haben die Delfine eine Taktik entwickelt, sie verstecken ihre Symptome. Wenn sie krank sind, zeigen sie das nicht. Das bedeutet, dass man eigentlich sehr... Oh, schöne Kotprobe. Das bedeutet, dass man eigentlich durchaus sagen kann, ein kranker Delfin sieht nicht wie ein kranker Delfin aus. Die einzige Art und Weise, wie wir sicher sein können, dass ein Delfin wirklich gesund ist, indem wir ihn regelmäßig kontrollieren, mit Blutproben und anderen Proben, also medizinischen Proben, die uns ein objektives Ergebnis geben. Immer wieder dienen die vier Tümmler von Duisburg auch wissenschaftlichen Untersuchungen. Tierärztin Julia Schapegge arbeitet an einer neuen Methode der Diagnostik des größten medizinischen Problems bei Delfinen, den Lungenkrankheiten. Unter Wasserabhörgeräte gibt es nicht. Ein weiteres Problem ist die dicke Fettschicht der Tiere und die im Vergleich zum Menschen extrem kurze Ausatmungszeit von 0,3 Sekunden. Per Computer nimmt die Ärztin die Lungengeräusche auf. Diese werden dann in einem standardisierten Analyseverfahren einzeln ausgewertet. Einmal habe ich am Anfang die Delfine abgehört, wenn sie alleine ausgeatmet haben, also von selber. Und dann, wenn die auf Kommando ausatmen, dann atmen sie viel stärker aus, fast wie ein Aushusten mit einem Menschen, könnte man das vergleichen. Also es ist einfach viel kräftiger. Dann ist der Ausschlag hier auch viel kräftiger. Also das vom Delfin, der alleine ausgeatmet hat, auf Kommando würde dieser Ausschlag viel höher sein. Durch einen schallgedämpften Gang getrennt, befindet sich unterhalb des Beckens die Filteranlage des Delfinariums. 14 seewasserfeste Spezialpumpen halten das Trinkwasser im Fluss. Das Besondere dabei, die Anlage funktioniert ganz ohne Chemie, durch den Einsatz von sogenannten Bio-Aquaflottoren, einer Art Eiweißabschäumer. Hier unten vom Beckenwasser rein, gespeist mit ozonhaltiger Luft. Dort unten durch den Druck wirbelt das Wasser halt auf. Da entstehen kleine Luftbläschen. Diese Luftbläschen, die binden an den Kot, den Eiweiß und andere Stoffe. Die halten, wie gesagt, an diesem Schaum, fest an die Luftbläschen und dort oben entsteht dieser Schaumhalt. Kält man schön vom Meer, dort wirbelt das Wasser ja auch auf. Dann gibt es da vorne am Meer an der Küste solche Schaumteppige. Genau das gleiche Prinzip. Wird rausgeschwemmt hier, landet nicht am Strand, sondern geht direkt in eine Schlammgrube. Noch vor Sonnenaufgang beginnt im Loro-Park auf Teneriffa die Arbeit. Sixto Elfidi bereitet jeden Morgen um sechs Uhr einen gigantischen Obstsalat für die Papageien zu. 200 Kilogramm frisches Obst passieren täglich die Häckselmaschine, Äpfel, Birnen, Papaya, Möhren und kanarische Bananen. Hinzu kommt das Kochfutter, das aus proteinhaltigen Körnern und Hülsenfrüchten besteht. Auch Matthias Reinschmidt startet früh in den Tag. Seine erste Runde am Morgen beginnt im Inkubatorraum, wo der Papageiennachwuchs anfängt zu schlüpfen. Ich kontrolliere mehrmals täglich zu unterschiedlichen Zeiten die Eier, wie weit sie entwickelt sind. In dem Moment, wenn die Küken kurz vor dem Schlupf stehen, das heißt so etwa zwei Tage vor dem Schlupf, fangen die an, die Eier anzupicken von innen, um sich zu befreien. Und dann müssen wir die von der Rollwände runterlegen in ein Näpfchen, damit sie eben hier nicht auf der Rollwände, automatischen Rollwände, hier werden die Eier automatisch gedreht, schlüpfen. Dann haben wir die dann eben in diesen kleinen Napf und ein bis zwei Tage später schlüpfen die Küken dann da drin. Und ich kontrolliere mit der Lampe einfach immer den Fortgang der Entwicklung. Befruchtete Eier entwickeln ein schönes Blutgefäßsystem. Wir können das sehr schön sehen. Wir können den Embryo sehen, wie er pulsiert, das Herz sehen, wie er pulsiert. Und wenn das eben nicht der Fall ist, dann ist das eben abgestorben. Und dann können wir diese Eier aussortieren. Die anderen Eier, die eben dann sich gut und weiter entwickeln, fangen dann auch einen Tag vor dem Schlupf an zu piepsen. Dann hören wir die Stimme des Kückens schon. Etwa zwei Tage vor dem Schlupf beginnt ja schon die Lungenatmung der Küken. Und dann hört man auch an der Frequenz, wie oft gepiepst wird und wie oft geknackt wird von innen, einfach ob die Küken kurz vorm Schlupf stehen oder nicht. Etwa 20 Minuten brauchen die Küken, um sich aus dem Ei zu befreien. 1375 junge Papageien kamen im vergangenen Jahr im Loro-Park zur Welt. Seit mehr als 30 Jahren begeistert sich Matthias Reinschmidt für diese Tiere. Die Faszination der Geburt eines neuen Lebewesens ist für ihn ungebrochen. Die Glücksmomente sind wirklich immer die Geburten der Papageien. Und wenn es gelingt, zum ersten Mal eine Papageinaar zu züchten, das war früher eben mein erster Moluppenkagadu beispielsweise, als der groß wurde. Oder jetzt hier in dieser großen Kollektion, wenn da seltene Papageien zum ersten Mal Eier legen und die dann eben befruchtet sind. Das ist ja immer so eine Sache, da legen die Eier, dann sind sie gleich nicht befruchtet. Aber wenn sie dann befruchtet sind, wenn sie sich schön entwickeln, wenn dann das Küken schlüpft und wenn es dann auch noch aufwächst. Und wenn es dann selbstständig wird und wenn diese ganze Phase, die ist ja immer sehr heikel bei manchen Arten, wenn das alles gut rum ist, das ist wirklich dann immer wieder eine tolle Sache. Bei den Delfinen gestaltet sich die Frage des Nachwuchses etwas schwieriger. Seit Jahrzehnten kritisieren Tierschützer Delfinarien, insbesondere wegen der hohen Zahl von Fehlgeburten. In den vergangenen 17 Jahren kamen hier drei Jungtiere zur Welt. Für einen künstlichen Lebensraum ist das guter Durchschnitt. Die erste Übungseinheit am Morgen. Die Tiere trainieren eines der kompliziertesten Kunststücke. Ein Trick, der nur selten in der Show zu sehen ist. Die Augen des Delfins werden mit Saugnöpfen abgedeckt. Er muss blind, nur mithilfe seines Sonarsystems navigierend, einen Reifen zurückbringen. Jedes Verhalten muss man den Delfinen in langsamen Schritten antrainieren. Der erste muss dabei nichts mit dem letzten zu tun haben. Und wenn man das richtig anstellt, dann geht es ziemlich schnell. Es kann sein, dass sie innerhalb von 15 Tagen einen Trick lernen. 11 Uhr 15, Showtime im Loro Park. 1800 Zuschauer fasst das überdachte Stadion. Auch bei schlechtem Wetter ist der Besucherandrang enorm. Die Zielgruppe ab zwei aufwärts. 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 Einige Trainer bringen den Delfinen den Doppelsalto über Wasser bei. Dabei benutzen sie einen Ball. Den Ball mit einem einfachen Salto zu treffen ist nicht schwer. Haben sie dies begriffen, wird der Ball höher und höher gehängt, bis sie irgendwann einen Doppelsalto schaffen. Wir trainieren diesen Trick unter Wasser. Wir zeigen den Tieren, wie sie sich im Wasser mehrfach schnell hintereinander drehen sollen. Dafür bekommen sie ein eigenes Signal. Dann erklären wir ihnen, wie ein Sprung geht und fügen danach beide Teile zusammen. Manche verstehen das sofort. Signal zum Sprung, Signal zur Drehung und dann klappt es. Ich habe vorher noch nie der Diene gesehen. Mich hätte es auch gerne mal angefasst, aber leider hat es nicht geklappt. Aber ansonsten wirklich toll. Ich sehe es schon ein bisschen kritisch. Also ob es den Tieren da so gut geht, ist immer die Frage. Wobei die jetzt eigentlich ganz gesund aussahen. Aber ja, also in Deutschland würde ich es mir nicht anschauen. Man weiß nicht, wie es den Tieren im Hintergrund geht, wie sie dort gehalten werden und so. Insoweit kann man natürlich dann nur das beurteilen, was man selber sieht. Und da scheint offensichtlich so zu sein, dass es den Tieren Spaß macht und auch gefällt. Also ich habe nicht irgendwie das Gefühl gehabt, dass die Träner die Tiere in irgendeiner Art und Weise unter Druck gesetzt haben und so. Und ich glaube auch, dass damit wohl im Hintergrund es den Tieren eh nicht gut geht. 1972 wurde der Park eröffnet. Zunächst ein hoffnungsloses Projekt. Mitten im Zoo lebt sein Gründer Wolfgang Kießling. Preisgekrönter Unternehmer, Zoodirektor, Rödelier und Multimillionär in einer Person. Die ersten paar Jahre lief das auch nicht an. Dann es schien, als ob die anderen alle recht behalten würden, dass das nichts würde. Und dann, eines Tages, dann war es sehr schwer, für mich die Toroperators zu überzeugen. Ich bin also selber mit meinem neuen Produkt, bin ich von Tür zu Tür gelaufen zu den Reiseagenturen und habe versucht, dort mein Produkt unterzubringen. Und das war alles negativ. Wir verlangten damals 100 bis 7 einen Eintrittspreis. Das waren 5 Mark. Und das fand jeder bei Weitem überteuert. Dann wollten die Agenturen 2,50 Mark mindestens Kommission haben, wenn sie uns verkaufen. Wenn wir für 2,50 Mark verkauft hätten, hätten wir gleich zumachen können. Also war das eine schwierige Situation. Bis der Erste anfing, mit seinem Omnibus kam und als der mit seinem Omnibus bei uns reingefahren war und die Leute zufrieden rausgingen, dann fing das langsam, langsam an zu laufen. Aber im 75, denke ich, Ende 75 hatten wir so das Tal der Tränen hinter uns gelassen. Das Areal des Zoos hat sich inzwischen verzehnfacht. 4.000 Touristen kommen täglich. Tendenz steigend. Fünfmal pro Tag beweisen die 17 Seelöwen des Zoos ihr Showtalent. Sie jonglieren mit Bällen, springen durch Reifen, apportieren, applaudieren und vollführen allerlei Kunststücke, auf die ihre Artgenossen in freier Wildbahn nie kommen würden. Dass auch Papageien intelligent und unter menschlicher Anleitung lernfähig sind, stellen die Kakadus und Aras der Loro-Show sechsmal am Tag eindrucksvoll unter Beweis. Gegen die Show wird ja immer viel gewettert. Es gibt also da durchaus Leute, die sagen, dass die Tiershows die Tiere verunglimpfen und so weiter. Aber das ist nicht so. Wenn die Tiere in einem Becken gehalten werden und sie werden ernährt, und zwar pünktlich durch Menschenhand ernährt, sie brauchen also nicht mehr jagen, haben sie den ganzen Tag über, müssen sie ja was tun. Und deswegen ist praktisch das Training von Delfinen und Orcas ein ganztägiges Training. Auch wenn die Show vorbei ist, ist der Trainer dort und beschäftigt sich mit ihnen, lässt sie hüpfen, drehen, machen, tun, damit sie beschäftigt sind. Und nur wenn sie beschäftigt sind, sind sie happy und sind gesund. Weit abgeschieden vom Besucherandrang leben in der Aufzuchtstation Lavera zwei Spix-Aras. Sie sind die letzten ihrer Art. Weltweit gibt es nur noch knapp 60 Exemplare. In freier Natur gilt diese Art als ausgestorben. Ein weibliches Exemplar lebt seit 1992 hier. Vor einem halben Jahr erhielt der Loro-Park einen männlichen Spix als Leihgabe aus Brasilien. Nun hoffen die Züchter auf Nachwuchs. Wir haben zunächst das Weibchen in das neue Gehege, das beide nicht kannten, gesetzt. Und haben dann ein paar Stunden später das Männchen hinzugegeben. Und da ging es ganz schnell mit den beiden. Also die haben sich recht schnell im Rufkontakt verständigt. Und ein paar Stunden später gab es schon die ersten Kontakte, direkten Kontakte. Die beiden haben sich mit den Schnäbeln gekrault. Und die verstehen sich ganz, ganz gut. Man kann fast sagen, Liebe auf den ersten, wenn nicht auf den zweiten, auf jeden Fall, zweiten Blick. Wir haben hier eine ganze Menge Kameras in dieser Voliere installiert. Jeder Nistkasten ist mit einer Infrarot-Kamera ausgestattet, damit man auch in der Nacht sehen kann, was passiert, wenn was passiert. Das Gehege selber ist mit Kameras ausgestattet. Das heißt, wir haben immer den Überblick über diese Tiere. Das sind unsere wertvollsten und wichtigsten Tiere. Und deswegen sind sie auch rund um die Uhr bewacht und überwacht. Was kostet denn so ein Papagei? Für diesen Vogel gibt es keinen Preis. Der hat symbolischen Wert und darauf gibt es einfach keinen Preis. Das Wichtige ist, diesen Vogel zu züchten, um ihn wieder auszuwildern, um ihn für die Natur zu erhalten. Auf keinen Ort der Welt trifft die Bezeichnung Freizeit-Mekka für Vergnügungssüchtige so sehr zu wie auf Orlando. Eine Durchschnittsfamilie bleibt hier ungefähr eine Woche und gibt am Tag pro Kopf etwa 150 Euro aus. 54 Dollar kostet allein das Tagesticket in die künstliche Welt der Meere. Einen großen Teil seiner Profite macht der Konzern mit dem Merchandising rund um Shamu, den Killerwal. Eine Art Mickey-Maus der Meere. Auf dem Weg von einer Attraktion zur nächsten lauern diverse Geschäfte auf zahlungskräftige Kundschaft. In den Läden an der Waterfront, einer Art Shopping-Meile, gibt es landesspezifische Artikel aus allen Teilen der Welt. Auch Deutschland ist mit einem Spitzenprodukt vertreten. Dieses ist die erste Serie von wunderschönen Steinkrügen aus der Kingwerk-Manufaktur in Deutschland. Wir arbeiten eng mit der Firma zusammen und haben exklusiv für SeaWorld zwei wunderschöne Steinkrüge entwickelt. Zum einen haben wir das Orca-Design. Die Auflage ist limitiert. Es gibt jeweils nur 5000 Stück. Das ist die Nummer 403. Für diesen Krug haben wir den Shamu-Wal als Henkel geformt. Bei der zweiten Serie steht das Delfin-Design im Vordergrund. Die Zusammenarbeit mit dem Unternehmen ist sehr gut. Es ist eine der hochwertigsten Stein-Manufakturen Deutschlands. Seit Jahren arbeiten wir mit ihnen zusammen. Wir sind sehr stolz auf diese Steinkrüge. Sie sind unter den Top Ten der meistverkauften Artikel hier an der Waterfront. Laura Wünsche und Michael Petersen aus Hamburg wollten ihren ersten gemeinsamen Urlaub außerhalb von Europa in Florida verbringen. Die Wahl fiel auf Orlando. Mit gemischten Gefühlen beginnt für sie im Shark Encounter ein ganz besonderer Unterwassertrip. Nach einer halbstündigen Einweisung wissen sie das Wichtigste über die Haie. Das Risiko ist gering, denn ein Käfig sichert die Taucher. Das Risiko ist gering, denn ein Käfig ist glücklich. 150 Dollar kostet der zweistündige Ausflug in das Haifischbecken. Ausrüstung inklusive. Man kann wirklich alles ganz genauso in die Zähne, in den Mund reingucken und alles. Das direkte Gefühl, das wirklich einmalig ist, das kriegt man euch wieder zu sehen und so. Und dass man halt einen halben Meter voll ein Haier hat, noch nicht mal mehr oder so, sieht man die selbst, wenn man da tauchen geht, dass die so nah bei einem dran sind. Und auch riesig halt. Und wenn man die so nahe sieht, sieht man alles ganz genauer, die Augen und alles. Es ist unglaublich, so was man gemacht zu haben. Für einen Teil der 5000 Mitarbeiter von SeaWorld in Orlando beginnt die Arbeit erst nach Schließung des Parks. Dies gilt auch für die Reinigungstruppe im Shark Encounter. Mit Bürsten und Hochdruckreinigern ausgerüstet, polieren sie die künstlichen Korallenriffe und schrubben die Scheiben. Für die tauchende Putzmannschaft ist der Ausflug ins Haibecken kein Urlaubsabenteuer, sondern harte Arbeit. Damit die Haie den Tauchern nicht zu nahe kommen, werden sie mithilfe eines Netzes in einer Hälfte des Beckens separiert. Hier haben wir es vor allem mit biologischem Abfall zu tun. Wir haben viel Kunstlicht hier, damit die Gäste die Fische gut sehen können. Das fördert aber auch den Algenwuchs, deswegen müssen wir regelmäßig putzen. Nach der Vorreinigung per Hand kommt ein Submariner Staubsauger zum Einsatz. Er befreit die Dekoration Meter um Meter vom Schmutz. Das ist der Schlauch, den wir zum Absaugen des Bodens benutzen. Er ist direkt mit dem Sandfilter verbunden. Wir decken die Zuläufer ab und verbinden sie mit dem Schlauch, um den restlichen Boden damit absaugen zu können. Um 9 Uhr morgens öffnet SeaWorld seine Tore. Wer sich an einem Tag den gesamten Park ansehen möchte, braucht Geduld, Nerven und jede Menge Konditionen. Zu den Highlights der Anlage zählt auch der Pinguin Encounter. Auf 400 Quadratmetern lassen sich 200 verschiedene Pinguine und drei Vogelarten bestaunen. Sie leben unter antarktischen Bedingungen. Lufttemperatur 7 Grad, das Wasser um den Gefrierpunkt. Ein Transportband verhindert den Touristenstau vor den Scheiben. Courtney Harris ist eine von zwölf Mitarbeitern, die sich um die Pinguine kümmern. Die Ausstellungsräume sind der Antarktis so naturgetreu wie möglich nachempfunden. Sogar der Schnee, der permanent von der Decke rieselt, ist echt. Winterdienst in Florida gibt es wohl nur hier. Wir haben hier vier Schneemaschinen, die 24 Stunden am Tag laufen. Jede von ihnen produziert ca. 2000 Kilogramm Schnee. Hier fallen insgesamt neun Tonnen am Tag. Die vier Schneeberge müssen wir täglich über die gesamte Anlage verteilen. So haben die Vögel einen weichen Untergrund und es ist überall schön sauber. Die Brutzeit ist gerade vorbei. Bei Königspinguinen dauert der gesamte Aufzuchtzyklus etwa 13 Monate. Alle zwei Jahre zieht ein Pärchen ein Küken groß. Für Pinguine eine ungewöhnlich lange Zeit. Er ist eineinhalb Monate alt. Seit seiner Geburt wiegen wir ihn jeden Tag. So stellen wir fest, ob er genug Nahrung bekommt und an Gewicht zulegt. Also ob wir ihn ausreichend füttern und er richtig wächst. Jedes Junge hat seinen eigenen Ernährungsplan, auf dem Größe, Gewicht, Futtermengen und Kommentare zum Allgemeinbefinden des Vogels festgehalten werden. Momentan bekommt er drei Mahlzeiten am Tag. Hier listen wir die Nahrungsmenge auf, die verfüttert wurde. Außerdem notieren wir, wie er gegessen hat und wie interessiert er generell war. Heute Morgen war er beim Fressen nicht so besonders begeistert. Er war ziemlich entspannt, fast schon schläfrig. Die zweite Fütterung war so wie die erste, ziemlich langsam. Er wurde müde. Kein Wunder, denn Essen ist eine große Anstrengung für ihn. Aber er macht es gut. Er hält sein Gewicht und legt immer mehr zu. Jeweils morgens und nachmittags präpariert die Pflegerin die Nahrung der Küken, die schon flügge sind und sich durch Fisch ernähren, mit zwei verschiedenen Vogelvitaminen. Die Futterfische werden direkt mit den Vitamintabletten gefüllt. Dazu stopfen wir die Vitamine einfach in die Kiemen der Fische. Diese Fische sind für die Küken im Gehege. Unbegrenzte Nahrungsquellen, medizinische Rundumversorgung und ein technisch ausgeklügeltes Klima- und Beleuchtungssystem sind die Voraussetzungen für eine erfolgreiche Nachzucht. Pinguine leben auf der Südhalbkugel und sind deshalb an einen anderen Lichtzyklus gewöhnt als wir. Wir orientieren uns aber an den Jahreszeiten auf der Südhalbkugel und passen die Beleuchtung in diesen Räumen dementsprechend an. So können sie wie in der Natur mausern und brüten. Vor fast 40 Jahren wurde das Valarium des Duisburger Zoos gebaut. Damals galt es als hochmodern. Inzwischen ist die Anlage veraltet und wird demnächst abgerissen. Thomas Lange gehört zur Pflegercrew des Delfinariums und ist damit auch für die beiden Wale im Außenpool zuständig. Ferdinand, vermutlich 35 Jahre alt, ist der weltweit älteste Weißwal, der in einem Zoo gehalten wird. Sein Kollege, ein 32-jähriger Jakobiter-Wal namens Jogi, seit 13 Jahren arbeitet Thomas Lange mit dem ungleichen Walpärchen. Jeder, der ein Haustier hat, der weiß, was man für eine Verbindung zu Tieren aufbauen kann. Und ich sehe den Pferd in ein wesentlich mehr als meine eigenen Haustiere zu Hause. Da hat man schon eine sehr enge Beziehung. Man sieht dem Tier gleich an, wenn irgendwas nicht stimmt. Man merkt gleich, wenn er nur noch rumalbern will, so wie jetzt. Da sieht er mich in der Position hier gefangen und weiß ganz genau, jetzt kann er alles mit mir anstellen. Das nutzt er schamlos aus. Wie würden Sie ihn denn beschreiben, so vom Charakter? Oder kann man da überhaupt vom Charakter sprechen? Doch, auf jeden Fall. Delfine und Wale kenne ich nur als Charaktertiere. Da ist jedes ganz unterschiedlich. Ferdinand ist ein sehr, sehr gutmütiger Typ, der von der Natur her etwas langsamer ist, aber ein sehr liebevoller Typ, der unglaublich zärtlich sein kann. Das sieht man im Programm sehr schön mit den Kindern. Wenn die Kinder im Programm richtig mitmachen, dann kann man da schon sehr schön sehen, wie zärtlich so ein Weißweil ist. Und das mit über 1200 Kilogramm. Das ist schon wirklich erstaunlich. Jogi gilt unter den Pflegern als kleiner Kauz. Ein wenig launisch und nicht ganz so verschmust wie Ferdinand. Mach mal den Schnabel leer. Drück mal raus. Jawohl. Jetzt mach mal ein Küsschen. Guck mal, Dicker. Wenn ich mich klein mache, in die Hocke gehe und den Kopf ganz nah hin halte, dann weiß er automatisch, das ist das Zeichen fürs Küsschen. Da holen wir ein bisschen Schwung. Klappe zu und Schwung. Wenn ich ihn erst einmal runter drücke, dann weiß er ganz genau und dann den Kopf noch weit drüber. Dann weiß er, dass das große Küsschen dran ist. Diese Töne, die er jetzt von sich gibt, das sind einwandfrei die Töne, womit er um Aufmerksamkeit bettelt und auch spielen will. Wenn man dieses leichte Pfeifen hört, das ist schon mehr so ein ungeduldiges Verhalten. Jetzt dauert es ihm langsam zu lange, jetzt wird er ungeduldig. Gleich knöttert er einmal und dann schwimmt er weg. Die Töne kann man auseinanderhalten. Noch gibt es im Duisburger Valarium täglich zwei Vorführungen, doch nicht mehr lange. Demnächst werden beide Wale in den SeaWorld Themenpark nach San Diego transportiert. Dort sollen sie bessere Lebensbedingungen finden und sich trotz des hohen Alters noch einmal fortpflanzen. Nicht zuletzt, um das Erbgut der SeaWorld-Wale aufzufrischen. Ja, oh, gleich wieder rein. Sehr gut. Okay, da haben wir ihn schon. Prima. Selber in Beuteilung. Lass mal was für dein Dekam. Der Gedanke an den Abschied macht Thomas Lange jetzt schon wehmütig. Ich denke möglichst wenig drüber nach. Natürlich wird das furchtbar. Aber wenn man Tierpfleger ist, dann weiß man, dass die meisten Tiere nicht sehr alt werden und dass man sich immer wieder von Tieren verabschieden muss. In diesem Fall ist es nicht der Tod von Ferdinand, sondern er wird in ein Zoo abgegeben, beziehungsweise in ein anderes Delfinarium. Das wird schwer. Das wird schwer. Aber Ferdinand ist nicht das einzige Tier, das ich betreue. Ich werde mich da mehr auf die anderen konzentrieren. Die volle Aufmerksamkeit von Tierarzt Manuel Hartmann hat derweil ein Rötelpelikan, an dessen Schnabel die Pfleger ein Geschwür festgestellt haben. Das wollen sich die Ärzte nun genauer ansehen. Wie bedrohlich dies für den Pelikan ist, steht noch nicht fest. In der zoo-eigenen Tierklinik bereitet das Team die Operation vor. Zunächst wird der Pelikan in Narkose versetzt. Letzte Zweifel über Ursache und Art des Problems gilt es aus dem Wege zu räumen. Wenn es ein Tumor ist, dann sitzt der äußerst ungünstig, weil er den Schnabel mit betrifft. Wenn es einer ist, dann sieht er relativ gutartig aus, obwohl Schnabeltumoren oft bösartig sind bei Vögeln. Und wenn es ein bösartiger wäre, kann ich von außen nicht einsehen, ob er gestreut hat und ein anderer Organe sich schon verteilt hat. Wenn es eine Infektionskrankheit ist, dann haben wir es mit großer Wahrscheinlichkeit mit einem Virus zu tun, welches durchaus ernst zu nehmen ist als allgemeine Erkrankung auch. Achtest du ein bisschen auf den Zinkkopf, dass da nichts passiert. Die histologische Untersuchung des Gewebes ergibt später, dass es sich um einen gutartigen Tumor handelt. Fast täglich erkundet der Arzt Neuland. Auch Krebserkrankungen bei Pelikanen sind ein kaum erforschtes Terror. Ich denke, der Beruf des Tierarztes und gerade der des Zootierarztes gleicht oft der Arbeit von Sherlock Holmes. Man muss versuchen, aus dem Puzzle, was man vor sich sieht, einen sinnvollen Täter, eine sinnvolle Erkrankung zu finden. Ich habe vorhin noch mal nachgelesen, natürlich in Vorbereitung auf diese Operation und habe also festgestellt, dass gutartige Tumoren im Schnabelbereich bei Vögeln und gerade auch bei Pelikanen in der Allgemeinditeratur nicht beschrieben sind. Es gibt viele Tiere, die werden fast so alt wie wir Menschen hier im Zoo, weil sie gut versorgt werden und sehr alt werden. Das sind dann keine Zahlen auf dem Papier, das sind Individuen und Charaktere, die man vermisst. Zweimal pro Woche wird im Delfinarium geputzt, unter Wasser. Die biologische Aufbereitungstechnik fordert ihren Tribut. Hier ist also richtiges Meerwasser drin und im Meerwasser wachsen Algen. Die sind eigentlich auch überhaupt gar nicht schlimm für die Delfine, aber die Besucher verlieren den Kontrast zu den Delfinen, wenn das alles so braun und grün ist. Und deshalb wollen wir zumindest den Teil, der für die Besucher einsichtig ist, den wollen wir sauber halten. Ein Saugreiniger mit speziellen Bürsten kommt dabei zum Einsatz. Unter Wasser arbeiten die Mitarbeiter heute nur noch während der Putzaktion. Meter für Meter schrubbt Ulf Schönfeld den Boden des Beckens ab. Die Delfine lassen sich davon nicht beeindrucken. Bis in die 90er Jahre gingen die Pfleger auch für das Publikum in den Pool. Heute führen sie fast alle Vorstellungen vom Beckenrand aus durch. Tierpfleger im Delfinarium, ein Traum und Knochenjob. Wenn die Delfine sie durchs Wasser schieben, runter bis auf vier Meter und dann hoch, das geht auf die Gelenke, das geht auf die Knochen. Und das macht man ja nicht einmal. Wir haben täglich im Sommer drei Delfinvorstellungen, das machen sie dann dreimal am Tag. Dann machen sie ein halbes Jahr und dann fangen die ersten Bewegchen an. Und wir wollen ja bis zu unserem Rentenalter mit den Delfinen arbeiten. Und da ist so eine Wasserarbeit, wie man die in vielen anderen Delfinreihen in den Staaten prüben. Das geht einfach nicht mehr. Um sechs Uhr morgens hat Chuck Lightbody in Orlando bereits zwei Stunden Dienst hinter sich. So lange laufen die Sicherheitschecks an der parkeigenen Achterbahn bereits. Das ist die Ölpumpe für die Kette. Hier überprüfen wir den Ölstand. Ich kontrolliere auch die Zufuhr, die über diese Maschine geregelt wird. Auch das Bremssystem gehört zu der routinemäßigen Kontrolle. Jahrelang stand der Konzern einzig für seine exklusiven Orca-Shows. Doch Mitte der 90er Jahre wurde es notwendig, sich umzuorientieren. Zunächst entstand, was nahe liegt, eine Wasserbahn, bis im Jahre 2000 die höchste und schnellste Achterbahn von Orlando, auf dem SeaWorld-Gelände gebaut wurde. Das ist das Sicherheitsnetz. Sollte etwas aus den Taschen der Gäste fallen, wird es hier aufgefangen. Außerdem sichert es uns bei der Inspektion. Was verlieren die Gäste denn so? Handys, Beeper, Brieftaschenbrillen, Stifte, alles Mögliche fällt hinunter. Der Monster-Coaster heißt Kraken. Eine themenbezogene Stahlkonstruktion, die an ein Meeresungeheuer erinnern soll. Unter besonderer Beobachtung des Personals stehen die Sitze, deren Gurte zu den Verschleißteilen zählen. Einer von ihnen ist ganz speziellen Gästen vorbehalten. Dieser Sitz hier vor uns ist der Sitz für unsere dickeren Gäste. Wenn sie einen Brustumfang von mehr als 132 Zentimetern haben, müssen sie hier Platz nehmen. Er ist ein bisschen stärker gebaut als all die anderen Sitze. Passiert es häufig, dass sie Gäste gar nicht mitfahren lassen? Das kommt schon ab und zu mal vor, dass jemand gar nicht in den Sitz passt. Diese Gäste bitten wir dann zum Ausgang. Die Investition in eine Achterbahn erwies sich als voller Erfolg. Bei internen Besucherumfragen hat die Krakenbahn inzwischen mit der Killerwahl Show gleichgezogen. Das Besondere an der Bahn, sie gehört zu den sogenannten Floorless Coastern, bei denen die Passagiere keinen Boden unter den Füßen haben. Sie ist 1273 Meter lang, 46 Meter hoch und ausgestattet mit sieben sogenannten Inversionen, Fahreffekten, die Kennern unter dem Namen Diving Loop, Cobra Roll und Zero-G-Roll bekannt sind. Das war großartig, ich liebte es. Das war großartig, ich liebte es. Das war großartig, ich liebte es. Ich war sehr disorientiert nach dem ersten Fall. Hinter dem Shamu-Stadion findet an diesem Tag eine ganz besondere Dienstbesprechung statt. Zum erlesenen Senior-Trainer-Team gehört ab heute eine neue Kollegin. Alissa Simmons' Aufgabe ist es, Mini-Pohl mit ihren neuen Aufgaben vertraut zu machen. Gewinne das Vertrauen des Management-Teams durch effektive Gespräche und sei zielstrebig. Zeige Vertrauen im Team. Das ist eine der wichtigsten Richtlinien, wenn du eine gute Senior-Trainerin werden willst. Denn jetzt als Mitglied unseres Teams musst du auch Übungsstunden geben und hast mehr Einfluss auf die Mannschaft. Bewahre Diskretion über das, was während der Senior-Treffen gesagt wird. Denn wir diskutieren viel über die Mitarbeiter und deren Entwicklungen. Das muss in diesem Raum bleiben. Sie ist jetzt da, wo jeder hin will. An dem Tag, an dem du hier anfängst zu arbeiten, schaust du zu den Senior-Trainern hoch und kannst es nicht erwarten, auch da zu stehen. Sie hat den Berg erklommen und steht jetzt ganz oben. Jetzt ist sie das Vorbild. Andere schauen zu ihr auf und denken, das ist es, wo ich eines Tages mal hin will. Ich habe meine Ausbildung im Shamu-Stadion angefangen, da wo ich immer hin wollte. Andere werden hin und her versetzt, kommen zu den Seelöwen, arbeiten mit den Delfinen und anderen Tieren. Ich bin glücklicherweise die ganze Zeit hier gewesen. Es war ein langer Weg und nicht immer leicht. Jetzt bin ich einfach nur glücklich. Wenig später beginnt die Show Nummer drei an diesem Tag. Die Orcas rotieren für das Publikum. Alissa schießt als Rocket aus dem Wasser. Ihr Kollege surft auf dem Killerwal. Bei diesen Wahlen in Orlando darf auch das Publikum mitmachen. Am Ende der Aufführung, die den Namen Shamu Adventure trägt, schlagen die Wale zurück und liefern sich eine Wasserschlacht mit dem Publikum. Es ist der einzige Teil des Programms, in dem der Orca Tilikum in den Hauptpool gelassen wird. Er gilt als der größte und gefährlichste in Gefangenschaft gehaltene Killerwal der Welt. Und er ist der einzige, der die Freiheit kennt. 1983 wurde er vor Island gefangen. Vor fünf Jahren geriet Tilikum in die Schlagzeilen. Ein Tourist stieg nachts heimlich zu dem Tier ins Becken, vermutlich, um mit dem Wal zu spielen. Am Morgen fand man den 27-jährigen Mann tot im Pool. Mit Tilikum gehen selbst die Trainer nicht ins Wasser. Wir schwimmen nicht mit Tilikum. Er kommt aus einem Park in Kanada und wiegt fünfeinhalb Tonnen. Die Wassertemperatur dort betrug sieben Grad, was viel kälter ist als bei uns. Dort sind die Trainer auch nicht mit ihm ins Wasser gegangen. Als er dann hierher kam, war es zu spät, ihn daran zu gewöhnen. Wenn sie mit uns aufwachsen, ist es viel einfacher, sie zu erziehen. Die Shows von SeaWorld rufen Erinnerungen an den berühmtesten Wal der Filmgeschichte wach, Free Willy. Der Orca, der im wahren Leben Keiko hieß, starb im vergangenen Dezember in einem norwegischen Fjord an einer Lungenentzündung. Erfolgloses Ende eines millionenteuren Auswilderungsprogramms. Dieser Art von Projekten steht man bei SeaWorld von Natur aus eher skeptisch gegenüber. Ich denke, es war ein sehr interessanter Versuch. Wir haben gewusst, dass es ein sehr schwieriges Projekt werden wird. Es ist schwer, Wale, die so lange in der Obhut von Menschen gelebt haben, auszuwildern. Zuerst wird versucht, sie zu zähmen, an den Menschen zu gewöhnen und ihr Interesse zu wecken. Und dann zu erwarten, dass sie in der Wildnis von anderen Killerwalen akzeptiert werden, das ist unrealistisch. Keiko konnte gar nicht, wie im Film, einfach so in den Sonnenuntergang schwimmen. Das möchten wir auf keinen Fall mit unseren Walen machen. Außerdem sind sie sehr sauberes Wasser gewöhnt. Die Schadstoffe im Meer könnten für sie zum Problem werden. Auch gibt es dort viele Bakterien und Viren, mit denen sie sich infizieren könnten. Auch aus diesen Gründen sollte man überlegen, ob es wirklich eine gute Idee ist, Wale zurück in die Wildnis zu entlassen. Als bester Zoo Spaniens preisgekrönt widmet sich auch der Loro-Park den Unterwasserwelten. 15.000 Meerestiere leben in den Aquarien. Als vorerst letzte Attraktion eröffnete erst vor kurzem Planet Pinguin. Als Vorbild diente die Konkurrenz aus Übersee. 10 Millionen Euro investierte der Park, um das amerikanische Vorbild zu toppen. Die Ausstellung ist die größte und modernste der Welt. Marcellus Bürkle ist auf dem Weg zur Visite. Ein gefiederter Patient wartet. Königs Pinguiner in der Mauser fressen nicht. Das heißt, sie müssen vorher zunehmen, um genügend Reserven zu haben. Und er ist jetzt ein bisschen übergewichtig, was nicht unnormal ist. Allerdings hummelt er ein bisschen. Und es kann nicht sein, dass er sich zu viel angefressen hat, dass er zu viel Gewicht hat und vielleicht ein bisschen Gelenkprobleme hatte. Die Pfleger helfen bei der Zusammenführung von Arzt und Patient. Die Pinguine werden grundsätzlich mit dem Schnabel nach hinten hochgehoben, um die Helfer zu schützen. Jede Untersuchung ist für sie eine ungewohnte Stresssituation. Ich schaue mir jetzt erstmal ganz genau die Füße an. Weil es gibt... Also ich schaue mir jetzt ganz genau die Füße dieses Pinguins an, ob da eventuell Wunden oder Risse sind, die zu so einer Lahmheit führen könnten. Und dann palpiere ich jedes einzelne Gelenk durch. Und schaue, ob da Verdickungen sind, die durch eine Flüssigkeitsansammlung oder solche Dinge zustande kommen. Und was jetzt wichtig ist, dazu muss ich die Handschuhe rausziehen. Bei einer Entzündung werden die Gelenke ja warm. Das kennt wahrscheinlich jeder Mensch auch, wenn er sich mal einen Fuß verstaucht hat. Und das prüfe ich jetzt. Und zwar immer beidseitig prüfe ich, ob da vielleicht die Gelenke vermehrt das ein oder andere warm ist. Das ist also bei dem nicht der Fall. Ich kann jetzt bei dem Tier momentan hier keine ernsthaftere Verletzung oder Verstauchung feststellen. Wir werden das jetzt einen Tag beobachten, ob die Lahmheit vielleicht nur sporadisch aufgetreten ist. Und wenn nötig werden wir den mit einem leichten Antiflogistikum, also so einem Entzündungshemmer, zwei, drei Tage behandeln. Und dann ist das wieder in Ordnung. In vielen Haltungen gibt es gerade medizinische Probleme bei Pinguinen mit Pilzinfektionen oder mit der sogenannten Vogelmalaria. Beide Probleme haben wir hier nicht. Warum? Das hat zwei Gründe. Die Vogelmalaria können wir nicht haben, weil hier natürlich keine Fliegen reinkommen. Man weiß ja, Malaria wird durch Stechmücken übertragen. Also hier besteht keine Infektionsmöglichkeit. Und auch diese gefürchteten Pilzerkrankungen, das sind Pilzerkrankungen der Lungen und der Luftsäcke, also des Atmungssystems der Pinguine, treten bei uns nicht auf. Weil wir, man hört es im Hintergrund, die Lüftung, wir haben eine so gute Lüftung hier eingebaut, dass die Reinheit, die Sauberkeit der Luft, also die Freiheit von Schmutzpartikeln, so gut ist, dass die Atmungssysteme der Pinguine nicht betroffen werden können von diesen Aspergillen, von dieser Aspergillose, von dieser Pilzerkrankung. Das Meerwasser im Planet Pinguin durchläuft ein hochmodernes Filtersystem. Beim Bau des gigantischen Eispalastes war dies der größte Kostenfaktor. Mechanische, biologische und Proteinfilter sorgen für beste Wasserqualität. Wir haben in dem Hauptbecken 600.000 Liter Wasser. Und diese 600.000 Liter Wasser laufen in einem Rhythmus von 20 Minuten einmal durch diese Filteranlage. In diesem Rhythmus, alle 20 Minuten, wird nochmal 20% des Wassers komplett ausgewechselt. Das Besondere an der Anlage ist, dass wir hier eigentlich keinen Menschen mehr brauchen. Das heißt, wir haben Computer dort eingesetzt, wo früher die Kontrollvorgänge durch Menschen erfüllt wurden. Und wir haben einen Computer über den Computer gesetzt, der die ganze Funktionalität regelt, der also den einen Computer überwacht. Und dieses System hier funktioniert ohne menschliche Überwachung. Um auch weiterhin zu den Top-Zoos Europas zu zählen, wurden bereits kurz nach Eröffnung von Planet Pinguin die nächsten Attraktionen geplant. Oberhalb des Parks, wo früher der Tierarzt wohnte und ein Teil der Zuchtvoliären untergebracht war, hat der Bau einer Killerwahl-Arena begonnen. Christoph Kießling, Sohn des Firmengründers, ist für die Konzeption und Durchführung des 25-Millionen-Projektes verantwortlich. Auf den Kanaren gibt es sehr viele Wiederkommer. Damit wir immer wieder attraktiv für die sind, war es notwendig, dass wir expandieren. Auf der anderen Seite gab es jetzt diese Möglichkeit, dass wir Orcas einführen können durch die Notwendigkeit. Auf der anderen Seite von SeaWorld, die wollten einen Teil ihrer Tiere auslagern. Und wir haben durch die Qualität, die wir im Lohropark haben, konnten wir also überzeugen, dass wir eine Installation sind, die halt für SeaWorld attraktiv ist, um mit dem Zusammenhang zu haben. Ja, man muss sich das so vorstellen, dass zuerst mal wird jetzt hier eine riesen Erdbewegung stattfinden. Das heißt, wir werden hier ungefähr 12 Meter, 14 Meter tief graben. Das, was wir heute hier sehen, das kommt also komplett weg. Das Gebäude kommt auch weg. Dann gehen wir 14 Meter tief und dann wird das Becken gebaut. Das sind drei Becken. Das sind Becken, die 12,5 Meter tief an der tiefsten Stelle sind, aber das ist der Boden. Das heißt, da drunter gibt es natürlich noch das Gefäß und die Fundamente. Und wenn wir einmal dieses Becken gebaut haben, dann kommt hinten hin, wir sind ungefähr in diese Richtung ausgerichtet, sodass wir halt den Ozean haben, geradeaus. Und hier kommt dann die Tribüne hin und der Baum dort drüben, den wir sehen, den Fikus. Und das wird, hier wird sozusagen eine Brücke entstehen, die die Leute drüben in diese Vegetation reinbringen und von dort aus dann wieder im Park verteilen. Das ist eine zweite Verteilung oder einen zweiten Weg. Der geht hinten vor den Bananenplantagen, geht da runter, sodass wir halt die Leute nicht auf einen Schlag an einem Punkt des Parkes wieder rauslassen, sondern dass es halt zwei verschiedene Ausgänge gibt. Unter Palmen, inmitten des subtropischen Gartens befindet sich die Tierklinik. Drei Ärzte beschäftigt der Park. Marcellus Bürkle hat als Vogelspezialist im Team rund um die Uhr zu tun. Zwischen zwei Routine-Operationen ereilt den Doktor ein Notfall. Ja, das wissen wir noch nicht. Der kam jetzt gerade aus der Zugstation. Apathisch, einfach. Eines der größten Probleme in der Vogelmedizin ist, wenn ein Vogel krank ist, hat er ganz wenig spezifische Symptome. Also kann man nicht sagen, wenn er mit dem rechten Flügel wackelt, hat er was im Bauch oder so. Sondern die Symptomatik ist immer gleich. Ein Vogel, wenn er krank ist, hat immer gesträubtes Gefieder, schläft viel und frisst nicht mehr. Man kann aber ganz selten nur sagen, das ist typisch für diese Erkrankung. Deswegen ist jetzt erstmal wichtig, dass wir den Vogel hier stabilisieren. Deswegen sitzt er jetzt unter dem Sauerstoff. Hier ist eine Wärmematte drunter. Also er kriegt Wärme und wird gerade gerichtet, kriegt jetzt kreislaufunterstützende Therapie erstmal. Dann beginnt die genauere Untersuchung des Patienten. Ich schaue jetzt momentan hier in den Rachen, um zu sehen, ob da vielleicht irgendwelche Verletzungen sind oder Auflagerungen oder Beläge, die dann wiederum auf verschiedene Krankheiten hinweisen können. Vorbeugend bekommt der Papagei ein Antibiotikum. Gewissheit über die Ursache seiner Erkrankung werden erst die Laborberichte geben. So, der kommt jetzt hier in diesen Inkubator, um einfach seine Körpertemperatur ein bisschen anzuheben. Vor wie lange? Bis er wieder gesund ist. Also die sitzen normalerweise dann im Schnitt zwei bis drei Tage unter einer Wärmequelle, in dem Fall ein Inkubator. Und dann, wenn es ihnen wieder ein bisschen besser geht, kommen sie in den Käfig, in die Krankenstation. Es ist 22 Uhr. Für Matthias Reinschmidt kurz vor Feierabend. Der Kurator der größten Papageiensammlung der Welt zählt seine Überstunden nicht mehr. Wie jeden Tag bringt er die neugeborenen Küken in die sogenannte Babystation. Hier werden alle Jungtiere, die nicht in den Nistkästen ihrer Eltern versorgt werden, per Hand aufgezogen. Bei einigen Paaren werden die Eier auch bewusst entnommen, um die Eltern zu einem neuen Gelege zu stimulieren. In den ersten zwei Wochen nach ihrer Geburt bekommen die Küken alle zwei Stunden einen speziell für Papageien entwickelten Futterbrei. Häufig sind die Tiere nur wenige Gramm schwer. Das erfordert ein besonderes Feingefühl. Man muss das schon sehr vorsichtig machen, damit es einfach auch nicht in die Luftröhre gerät. Das könnte natürlich dann gefährlich sein. Man muss natürlich immer auch Zeit haben zum Schlucken. Die verdauen eigentlich jetzt in diesem Stadium alle drei Stunden so einen Kropf hier voll. Das ist ein kleines Reservoir hier. Also die Eltern und auch die Eltern in der Natur und wir hier füttern eben immer, dass der Kropf voll ist. Etwa immer zehn Prozent des Körpergewichtes. Wenn man sich das auf den Menschen überträgt, ist das schon eine ganze Menge, was sie pro Fütterung kriegen. Das muss man sich vorstellen, dass dann hochgerechnet auf den Tag, am Anfang sind es zehn bis zwölf Fütterungen pro Tag, da kommt schon die gesamte Körpermasse, wird da pro Tag gefüttert. Das kann man sich auf Säugetiere gar nicht übertragen vorstellen. Aber entsprechend schnell ist der Stoffwechsel der Vögel und entsprechend schnell wachsen wir. Seit mehr als 30 Jahren stehen Papageien im Mittelpunkt des Lebens von Matthias Reinschmidt. Aus dem Hobby ist ein Beruf geworden, für den 39-Jährigen ein Traumjob. Meine Leidenschaft der Papageien hat schon sehr früh angefangen. Mit dem achten Lebensjahr habe ich eben zwei Wellensittichen bekommen und mit denen habe ich angefangen, in der Küche meiner Mutter zu züchten. Da gab es die ersten drei Nachzuchttiere und dann haben die nochmal gezüchtet. Dann waren es plötzlich sieben, dann war der Platz in der Küche nicht mehr ausreichend. Dann habe ich den Hasenstall umgebaut, der damals leer stand. Ich habe dann wieder eine weitere Voliere gebaut auf dem Speicher, den ganzen Dachboden ausgebaut, überall Volieren installiert, das ganze Haus meiner Eltern eben mit Vogelkäfigen und Gehegen ausgestattet. Das waren dann der gesamte Dachboden der Garten und alles eben mit Gehegen. Das hat sich dann bis zu 200 Tiere hochgeschaukelt. Ist halt natürlich ein Hobby, das ich wirklich auch intensiv betrieben habe. Und entsprechend dann mein Studium auch in diese Richtung, in meinem Studium gegangen bin. Ich habe Biologie studiert in Tübingen und dann eben auch der Beruf. Ich war acht Jahre Redakteur der Zeitschrift Papageien, also auch einer fachspezifischen Zeitschrift, die sich mit Papageien beschäftigt. Und bin jetzt seit etwas über drei Jahren hier im Loro Park mit der weltgrößten Papageienkollektion. Also alles in meinem Leben hat sich immer um Papageien gedreht. Im Killer-Wahlstadion von Orlando füllt sich die Arena kurz vor Sonnenuntergang ein letztes Mal. Trainerin Alissa Simmons rationiert die letzte Portion tiefgekühlten Fisch, die an diesem Tag an die Tiere verteilt wird. Die riesigen Eismaschinen laufen rund um die Uhr. Jeder Wal bekommt seine tägliche Portion zugeteilt. Auf den Eimern stehen die Namen. Dieser gehört 2R und das ist sein siebter und letzter Eimer für heute. Jeder Wal hat seinen eigenen Ernährungsplan. Jeden Morgen bereiten wir die Eimer vor und füttern sie daraus. Seit mehr als 30 Jahren arbeitet man bei SeaWorld mit Killer-Wahlen. Genauso lange währt auch die Kritik an der Art und Weise der Präsentation der Tiere. Ich denke, die Botschaft ist heute im Vergleich zu früher mehr erzieherisch. Wir wollen zeigen, was wir über Wale und die anderen Tiere im Park im Laufe der Jahre gelernt haben. Wir wollen unsere Killer-Wale nicht vermenschlichen. Es geht darum, die Tiere so zu zeigen, wie sie wirklich sind. Und sie sind einfach großartig. Zum Ausklang des Parkbesuches tanzen die Wale für das Publikum ein letztes Mal zu Rock'n'Roll-Rhythmen durch den Pool. Auf jeden Fall spüren sie die Energie der Zuschauer, der Musik und der Trainer. Die Wale sind bei dieser Show sehr enthusiastisch. Sie genießen die positive Atmosphäre, die durch die Musik erzeugt wird. Man hört die Zuschauer, wie sie klatschen und tanzen. Die Tiere fühlen das und scheinen darauf zu reagieren. Es ist für mich nur schwer vorstellbar, diesen Job irgendwann einmal aufzugeben. Es gibt Momente, in denen ich mich frage, wie lange mein Körper das noch mitmacht. Es gibt diese Morgende, an denen man mit Schmerzen aufwacht. Andererseits hält es mich aber in Top-Form. Vielleicht kann ich meine Tätigkeit im Management ausbauen und weniger Shows machen. Aber alles aufzugeben, das würde mir schwer fallen. Perseγ Witherspoon Wir sind ein Leben aufgeregt. Wir stehen bei der Erdogan-Gümerin. Wir sind bei der Erdogan. Wir sind ein Leben aufgeregt. Wir sind ein Leben aufgeregt. Untertitelung des ZDF, 2020